Moin Leute und willkommen zurück bei The Walking Dead Episode Nr. 4. Das letzte Mal sind wir hier schon feige in den Hinterhof dieser Kirche gepflichtet. Ne, das ist gar nicht die Kirche, das ist das Nachbarhaus. Okay, okay, das war das Nachbarhaus. Und wir haben hier so einen toten Köter ausgegraben, dem das Hundehalsband stibitzt und damit hier durch die Hundeklappe zu kommen, die Frage ist, wer passt da durch? Pass ich schon mal auf jetzt. So, wer passt da durch? Kann der nur eine sein? Little Clam. Siehst du nichts in da? Nein. Sieht, es hat sich schon einiges geöffnet. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich nicht gut an. Oh ja. Mal sehen, ob ich da hinbekommen kann. Beide auf, Mann. Ah, das ist das Ärmchen zu kurz. Das ist nicht gut, ich kann es nicht. Hier, lass mich versuchen. Ich denke, ich kann... Ah, Clam. Clam macht das schon. Was siehst du? Clam, was siehst du da? Mach doch mal die Tür auf, kleine Clam. Ah. Tada! Tada! Süß. Gut gemacht. Guten Job, Clam. Ja, Weg zu gehen. Ich habe gut gemacht, oder? Ja, du hast es gemacht. Oh ja. Können wir vielleicht diese Gespräche in der Mitte haben? Mein Lied beginnt zu schmerzen wie hell. Es sieht gut aus hier aus. Alle in. Ah, Humpel, Finkebein hier. Und zu die Tür. Oh, der hat eine Familie gewohnt. So wie es aussieht. Sorry, sorry. Nein, es ist okay. Ich bin gut. Ich fühle mich besser, als ich einfach aus meinen Faden bin. Danke, Baby. Oh, Baby. Hab ich schon was verpasst? Ah, da war der Hund mit drauf. Der Mautzy, den wir im Garten gefunden haben, das letzte Mal. So, wann warst du uns über das Radio erzählen? Wann erzählst du was? Dass es funktioniert. Dass es jemand anderes gibt, am anderen Ende dieser Sache. Du glaubst, es wäre nicht wert, das mit den restlichen uns mit uns zu erzählen? Weil er uns irgendwo hintreiben will? Sie sind nicht friedlich, sage ich einfach mal. Ich weiß nicht, wer es war. Alles, was ich weiß, ist, dass sie kein Freund von uns sind. Verdammt richtig. Ich sage dir, sie wollen nicht, wir wollen uns in den Rüdern. Vielleicht wollen sie die Böse alle selbst. Wir sehen uns über das. Ich gehe nicht nach vorne raus, irgendwann bald. Omid muss resten. Ja, wir müssen Chuck finden. Wir müssen sicher, Chuck ist okay. Als es kürzelt ist, dann gehen wir alle nach dem Rüdern. Ja, wir sehen uns, ob wir ihn finden können. Entschuldigung? Entschuldigung. Und ich werde nicht zu lange warten, um jemand anderes zu holen, um diese Böse zu holen. Das ist unser Ticket raus. Das Ort ist zumindest sicher. Ich fühle mich besser, wenn wir das sicher wissen. Wir müssen das ganze Haus checken. Okay, okay. Okay, du und ich werden die nach dem Rüdern nehmen. Lee, du hast hier unten. Sicher, du checkst, dass du alle Tür aufhörst. Entschuldigung? Okay. Kann ich helfen? Was ist, wenn es noch eine lockte Tür gibt? Ich denke, du hast genug hilfreich, für einen Moment, Chuck. Warum nicht nur sehen, ob Kristin und Omid etwas brauchen, okay? Okay. Ja, sie will mitmischen hier, bei den großen Jungs, aber nicht so gut für Clem. So, wir gucken erst mal. Dogfood. So, was haben wir denn hier? Alles leer. Entweder wurde es geplündert, oder die sind abgehauen hier. Wasser geht auch nicht mehr. Wunder ist weg. Ich bin nicht so hungry. So, dass ich die drüben nach unten befinde. Achso, achso, achso. Gut. Ja, die Tür haben wir ja. Oh Gott, wo soll ich lang gehen? Ich gehe mal hier lang. Was haben wir denn? Was ist denn das hier? Äh. Oh Mann. Dass man hier durch Wände gucken kann, ist ein bisschen, ja, komisch. Dann checken wir hier mal. Ah, ich habe noch eine Knarre. Wow. Was war das? Ein Putzlappen. Ein Mob. Es ist nichts. Just, äh, nichts. Okay. Scheint clean zu sein hier. Unsichtbare Wand. Wie immer. Lalalala. Ich laufe hier mal. Oh Gott. Ich kann mich mal hier hin. Dann doch da. Hallo. Mach doch die Tür auf. Alles leer. Alles klar in hier. Ich trau dir im Frieden nicht so ganz, liebe Leute. Echt? Ah, hier der. Oh Gott, wenn noch ein Raum fehlt. What the fuck, was ist das? Nicht genau wie mein Stil. Komm, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ja, sah nach einer glücklichen Familie aus, ne? Vielleicht tummelt ihr sich ja hier hinter Tor 3 rum. Oder ist da auch der Zonk dahinter? Ja, komm, mach auf. Ui, Toilette. Scheint, es scheint alles sicher zu sein. Well, das Ort nicht hat so viel. Wir sollten hier ein bisschen okay sein. At least, bis es außen kalt ist. Gut, danke. Ist er okay? Ja, für heute. Aber ich bin wirklich Angst, dass sein Fuß infektiv wurde. Ich glaube nicht, dass du keine Medien aufgerollt hast, während du umgezogen hast. Nein, nur ein paar Pferde. Ich habe nur gefragt, Clementine, ob sie weiß, wer der Mann auf ihrer Radio ist. Es ist okay, lieb. Du kannst uns sagen. Wer ist er? Was er will? Uhhh... Sucks, Kemp. Geh' her, Clem. Es ist okay. Du bist nicht in einem Problem. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, er will uns nicht zu helfen. Was er sagt dir? Was hast du gesagt, ihm? Ich habe gesagt, ich habe versucht, meine Eltern zu finden, und dass sie in Savannah waren. Er ist wirklich nett. Ich glaube, er will, sie zu helfen, sie zu finden. Clementine. Hör,信 mir, das ist nicht, was er will. Er... Lee? Oh, sie haben was gefunden. Lee, du musst hier jetzt hochkommen. Was ist falsch? Es ist Kenny. What? Was ist denn jetzt mit Kenny los? Kenny hat gesagt, er dachte, er hat etwas gehört da oben. Er ging, um zu schauen. Er ist da oben? Und er kam nie mehr zurück. Ich kann ihn nicht mehr zurückkommen. Was hat er gefunden? Bleib hier. Was hat er gefunden? Der Kenny. Er weint wahrscheinlich. Er trauert erstmal jetzt, wo er ein bisschen Ruhe hat. Um seine Familie. Oder? Kenny? Er trauert. Äh. Der ist durch. Kenny. Er ist überhaupt nicht okay, Mann? Oh, Jesus. Was ist das denn? Oh, mein Gott. Ach, du Scheiße. Noch ein Kind. Ach, du Kacke. Holy shit. Woah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nur ein Kind. What the hell hat mit ihm. Es gibt nichts an ihm. Ich glaube, er muss hier rauskürenzen sein. Er ist tot tot. Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob ich das kann, Lee. Ich konnte es vorher nicht machen. Ich kann es jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das so machen kann. Ich werde es auszuhören. Wie ich es vorher gemacht habe. Bist du sicher? Ich glaube, dass wir wissen. Hier. Das wird es schnell und schnell machen. Was machst du? Ich dachte, du sagst, du würdest es auszuhören. Entschuldigung, Mann. Ich weiß nicht, ob ich es kann. Ich weiß nicht, ob ich es auch nicht kann. Es ist okay. Ich werde es auszuhören. Ich bin ja auch völlig bescheuert. Wollte ich doch gar nicht. Oh. Oh mein Gott. Oh, damn. Aber wirklich, damn. Oh, ist das eklig. Oh, ist das bitter, ey. Oh Gott. Auch wieder wahr. Ja, was machen wir. Das ist laut. Oh Gott, ey, Leute. Boah, ist das krass. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ist das krass. Boah, Leute, sorry, ey. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Fuck. Zum Hund dazu, oder was? Ach, um was ich mich alles kümmern muss. Wie mehr kriege ich die Drecksarbeit hier? Boah, ist das... Leute, ey. Uh, Gänsehaut. Holy shit. Ja, trag ihn doch einfach so durch die Bude, ohne mal eine Decke drüber zu legen. Boah. Ist das krass. Holy shit. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ist das hart. Ist das hart. Krass. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt, Leute. Ja. Dann begraben wir mal, ne? Würde ich sagen. Ja, zeigt, zeigt das arme Kind noch öfters. Es langt langsam, ja, es langt langsam mal. Komm. Lassen wir mal krass über die Sache wachsen. Muss ich jetzt jeden Schaufelschlag einzeln machen, oder was? Nee. Gut. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Nicht gut. Boah, jetzt muss ich doch hier einen Schaufelschlag einzeln machen. Ah, 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 ah. Spielt das eine Rolle, wie viel ich da mache? What the fuck? Holy shit, ich hab mich eben ein bisschen erschrocken. Oh, Gott. Oh, Gott. Das war ein Kerl, Mann. Oh, Gott. 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 Dann such du mal ein Boot. Ja, dann geh. Verpiss dich, Kenny. Sorry, aber... Sein Wille zählt nichts anderes, oder wie? Ich habe es versprochen, ich weiß. Ich habe es versprochen, ich weiß. Ich habe es vergessen. Aber Savannah ist mehr gefährlich, als ich dachte, es wäre. Deswegen trennen wir uns auch. Ach, jetzt fängt der auch noch an. Ja, du taugst ja auch nichts, Kollege. Das ist nicht so, wie es ist, Ben. Ich brauche, dass du hier steigst und ein Augenblick auf Clementine gehalten kannst. Ich kann das tun. Ja, nur damit wir uns klar sind. Während ich weg bin, irgendetwas oder irgendjemand versucht, in dieses Haus zu kommen, du schiebst ihn. Nicht einmal zweimal über ihn. Entstanden? Ich habe keine Probleme, schiebst Walkers. Ja. Hörst du, was ich gesagt habe? Eben. Eben. Nicht nur Streu, ne? Gut. Ich bereue es doch jetzt schon. Ich bereue es doch jetzt schon. Ah, Gott. ich bereue es doch jetzt schon. Ich� virtuale Zeit,